Die aktuelle Situation stellt viele Mitarbeiter und Unternehmen vor große Herausforderungen. Das Arbeiten aus dem Homeoffice erfordert schnelle und sichere Lösungen für die einfache und transparente Zusammenarbeit. Wie teile ich alle notwendigen Daten, auch mit Kunden oder Lieferanten? Wer hat welches Dokument zuletzt bearbeitet und was genau daran verändert? Und ist das Ganze eigentlich sicher? Die übliche Mail-Kommunikation bringt viele Nachteile mit sich. Zudem sind große Dateien für die meisten Server zu viel. Tools wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive sind im beruflichen Kontext ein No-Go. Durch fehlende Aufbauungskontrolle, eingeschränkte Berechtigungsfunktion oder mangelnde Versionierung. Und genau deshalb haben wir den DOCSIS 4 Universal Workspace entwickelt. Mitarbeiter können unkompliziert und schnell Dokumente erhalten und bereitstellen. Alle sehen sofort, welche Dokumente von wem zuletzt abgelegt oder bearbeitet wurden. Und eine transparente und nachvollziehbare Zusammenarbeit wird garantiert. So sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Sie können mit einem Klick einen neuen Arbeitsbereich anlegen, User mit Schreib- oder Leserechten ausstatten und weitere Ordner und Register hinzufügen. Dokumente legen Sie einfach über die Schnellablage per Drag-and-Drop ab. Die abgelegten Dokumente können Sie über die Suche schnell finden oder direkt mit der Volltext-Funktion die Inhalte durchsuchen. Der DOCSIS 4 Universal Workspace – einfach, sicher, transparent.